So, willkommen zurück, nachdem wir in der letzten Folge ein ganz abruptes Ende hatten. Das Spiel ist mir jetzt dreimal gecrashed. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal einen früheren Spielstand geladen, habe den Fight gegen diese fliegenden Wasserköpfe gemacht. So, wir sind jetzt wieder quasi von dort oben. Sind jetzt wieder hier runtergefallen. Und diese Wasserköpfe, die kontrollieren die Vortigons. Sobald die Wasserköpfe weg sind, sind die Vortigons auch wieder komplett friedlich. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir ohne weitere Probleme hier durchkommen. Jo, super. Hier läuft ich erstmal schön patrouillieren. Ja, da geht's. Wir sprühen nur rüber, also gut. Das war ja fast ein Schritt, so weit. Schön durch die Brühe hier durchlautscht. So, die Frage, wo ich jetzt hier weiter... Ach, hier oben. Gut. Aber wie gesagt, so der einzige Bug, den ich jetzt hier in dem Spiel gefunden habe, war es super nervig, dass es drei Mal abgestoßen ist. Aber hey, wird Witze machen. Ich weiß, welche Faktoren dazu gehört haben. Ich weiß es nicht. Aber es läuft jetzt erstmal wieder. Und wir sind stramm schrittes Richtung Ende unterwegs. Da fehlt glaube ich nicht mehr allzu viel. Ich weiß, welche Faktoren dazu gehört. So leuchtet es noch sehr gut. Leuchtet auch nur. Leuchtet immer. So groß aus. Geh nicht. Ja, in der Logo. Ich will die Komponenten jetzt dieser riesen fette Feuertyp. Wo komme ich denn jetzt hier vorbei? Ey, krass, du hast nur noch Verfolgungsjagden. Das ist immer super nervig. Du weißt nie konkret, wo du hin musst, wenn du zu einem neuen Gebiet bist. Boah, hier kommen ja zwei von den Typen. Boah, hier kommen drei von den Typen. Klar, wir suchen uns ein einziges Loch und dann geht es komplett nach unten. Mann, du machst mal vorwärts. Ey, oh, Alter, die Sprungsteuerung hier, die ist echt... Ah, die... Scheiße... Ja, das ist halt, wenn du zweimal die Leertaste drückst, in diesen Weitschwung machst. Du kannst echt nicht steuern, das ist super ätzend. Die muss erstmal halbwegs gerade sein, dass du die irgendwie hinbekommst. Ey, echt, jetzt wie viel Lebensenergie habe ich denn? Dass mich hier schon einen Schuss tötet von diesen Biestern. 24, ey, das kann nicht wahr sein. Ist das eine Qual. Scheiße. Das ist super anstrengend, ey. So, wir bleiben jetzt bei der Schrotflintin, auch noch, dass die uns im besseren Dienst erweist. Ich bin da oben lang, aber ich muss bestimmt da oben lang. Boah, hier ist psych. Boah, komm, die... Nein, 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 oh, scheiße. Okay. Ist nicht ganz aussichtslos. Oh. Ich muss mal speichern. Boah, krase Verfolgungssequenzin. Boah, kommt da der Nächste. Boah. Um den jetzt hier lang. Da unten, da unten, da unten ist das Loch. Durch, 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 durch. Oh, oh. Ey, wieso geht's nicht so scheiße schwer? Oh, 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 oh. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Ganz ehrlich, die Sequenz hätte man locker rausschneiden können oder um den ganzen Teil verkürzen können. Oh, das läuft so wie kaum hier. Nein, 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 nein. Haha, ihr fucker. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, hier kommt jetzt erstmal keiner. Gut. Boah, genau, haut mal alle ab. Haut mal alle ab. Ich mach jetzt erstmal umgucken, bisschen Ruhe. Jetzt musst du sozusagen wissen, wie lange. Mann, war das ein Kampf. Das was kostet super viel Nerven, weil wenn es nicht ganz so eindeutig ist, wo man hin muss. Dann haben wir jetzt hier ja wieder ein bisschen Ruhe. Nicht mal ganz angenehm. War aber schon heftig viel Action. Viel... Ne, wir müssen da rein. Geh doch mal langsam voran. Doch mein Freund, ich bin allein. Willkommen, um dir mal hier höre ich hallo zu sagen. Ich muss mich mal nicht zu bitten, die Erde nicht zu infiltrieren oder zu überschwemmen mit deiner Brut. Was? Hey, what do you want? Das ist euer Freund, euer Freund, der Gorn. Was ist denn jetzt hier im Ahr? Ich komme gut zu euch rein. Ich überlege, wie im originalen Half-Life diese Fabrik hier aus hat. Die hat sich so fehl am Platz einfach angefühlt. Warte, folgt hier alles irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. Witzig ultra plausibel, aber zumindest nachvollziehbarer. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt wieder so eine Schleunze durch die wir durchlaufen. Nein. Gibt da schon so eine Idee? Da kommt so ein Stück... Ah, da ist der Ring. Ah, die wusste Design, warum man das gebaut hat. Ich muss auch sicher ein Stück damit. Da ist der Ring. 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 Ah, jetzt fährt das Ding bis nach oben, guck an. Immer anders verhehlen müssen, dass sie alle miteinander verbunden sind, egal. Alle bereich da vorne, zack. Aha. Haben wir hier noch ein gutes Stück Kabel? Nein, die brauchen wir gar nicht. Halbe Höhe reicht mir erst mal. So, wir speichern. Bisher läuft doch alles wieder ziemlich gut. Ich glaube die Dinger konnten explodieren, die Fässer. Ah, reicht das Kabel? Nee, reicht nicht. Ah, vielleicht muss ich dich hier einstecken. Gut schon erbert werden. Gut schon erbert werden. Gut, nächste Runde. Boah, das ist grad so angenehm, dass sich die ganze Sache wieder ein bisschen entschleunigt. Gellange. Na, wir würden mal schätzen, hier unten, eh? Okay, so war die Sache sicherlich nicht angedacht. So, steht die jetzt unter Strom eigentlich nicht, oder? Doch, steht unter Strom. Perfekt. Aber wie? Wir müssen es auf jeden Fall nutzen, um... um hochzukommen. So, das sind jetzt hier aber alle fix drauf, die Dinger. So weit, so gut. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Ganz schön auf Spannung hier bei euch. Oh, hier müssen wir noch das B verbinden. Das ist die Frage. Den da an, oder den da an? Dann wahrscheinlich hier vorne. Gut. Da haben wir schon... Ah ja, wo ist die drüben? G-lulunga. So ging jetzt durchkommen, Freundchen. Gut, da brauchen wir jetzt schon einen anderen Plan, der wahrscheinlich mit dem hier zusammenhängt. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Jetzt hier nach oben nehmen wir sicherlich irgendwo. Ja, da passen auch nur bestimmte Dinger dahin, wo sie hin sollen. Und den jetzt hier irgendwie mal... Den irgendwie schieben. Achso, naja. Das war jetzt einfach. Leute, wenn das so einfach ist, macht ihr das denn nicht selber? Verstehe ich nicht. Ja. 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 Ah ne, die stecken ganz schön ein, die Typen... So, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir überall lang können. Also ich schätze mal eher hier unten. So, das heißt, wir müssen jetzt gucken. So, fangen wir da runter. So, doch hier muss ja irgendwo noch die Möglichkeit sein, gut zu machen. Gut, also vermutlich werde ich hier runter müssen. So weit zu gut, aber... Ich denke dann irgendwie, wenn ich da rauskomme. So wieder lang springen. Wir probieren es einfach mal aus. Nee, klar, genau wieder bei dem Ding. So, was stimmt doch hier nicht. Du kannst ja auch nicht auf den Ding anladen. Der dauert ja auch nicht. Da raus, wenn ich da rauskomme. Da rauskomme ich noch da rausfliegen. Where goes here? So schnell bist du ja gar nicht. Aber der andere weiß nicht, irgendwas wird zu schießen. Ich bin mal kurz nach ganz unten. Ich bin mal kurz nach ganz unten. Nee, lass noch mal weg zu. Nee, dann bleiben wir oben. Da muss er dann irgendeinen Trick geben. Hier rüberkomme. Ich werde aufmerksam ein bisschen durch die Gegend guckt. Okay. Der bekommt heute noch alles mit. So. Ich habe den großen roten Stein soweit so gut. Machen wir mit dem. Und den roten machen würde ich mal schätzen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Eigentlich glaube ich, dass wir da nochmal zurückkommen. Ah, lässt er mich ins Loch. Schön. Krasse, diese Typen. Super schwer zu treffen. Hm, guti. Wir haben über 30, 5%. Wir haben über 50%. Was haben wir denn da? Oh Gott, die großen Viecher. Leute, ich würde dich ja gerne befreien, aber... Dann liften wir mal dabei ein bisschen. Jetzt erst mal Reproduktion hier komplett nach unten fahren. Hättet ihr einen Lauf dran. Ah ja. Juhu, noch mehr Fässer. Ich bin absolut großartig. Wo brauchen wir denn welche? Hier vorne auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. Ich werde hier ruhig gleich mit. Ich will in den nächsten Abschnitt. Ich kann ja so verkehrt nicht sein. So, hinten ist die große Luppe, die ist aber zu. Hier geht es noch nicht weiter. Oh, ist hier ein größer Dönerspieß mit dem Flügel. Okay, da vorne ist anscheinend mein Fahrstuhl. Oh Gott, da bin ich hier schon hochgeschickt. Wupp. Ah, wo ist das? Ich kann es hier rum. Ah, ja, okay. Ah, erkannt. Okay, mein Freund, dann kommen wir gleich zu dir. Ja. Guten Tag. Oh. Nextras. Die nehmen wir. Ah. Sorry. War eine Kopflandung. Oh. Ach man, die Schicklichkeitseinlagen. Mann, Scheiß. Wo ist das? Ups. Ja. Super. Da kommen wir... Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir noch nicht ran. Das heißt, wir müssen erstmal nach unten. Guten Tag. Ne, da kann man auch nichts machen. Lustig, dass die Kabeln eingebautet, eingebautet Licht haben. Ich kann nicht sehen, wie die Kabeln so langen muss, oder? Aber anscheinend doch. Das ist ja. Komm her. Zack, zack. Zumindest den Ventilator da oben an. Das ist ja schnell. Dann können wir die Kabeln. Mixer So, jetzt ist mein Hotel drüben vorbei Das ist eine große Klasse So, meine Freunde Schönen 4-Pin-Adapter Einen Oh, nicht schon wieder Haben die mich da gerade rausgezogen? Ich bin eine Spinne So, meine Freunde, wir haben es erstmal, bitte schön Stimmt Schau mal weg da bitte, danke Richtig Ja Wurde anscheinend nicht Ach, wer dekonstruiert hat ja, wenn du schon wieder preisen Reichlich, reichlich uneffektiv Reichlich, reichlich uneffektiv So, nächster Bereich Bestimmt So nach Ladescreen Ne, sieht nicht nach Ladescreen aus Auch mal bestimmt Achtung Achtung, macht er betet Voll Lebensenergie und Anzug Ach, erstmal strecken Ach, erstmal strecken So, die fallen durch So nach Ladescreen 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 Oh, jetzt sind wir Und dann So nach Ladescreen So nach Ladescreen Oh man, wie ich sie jetzt schon leiden kann. Wenn ich sie besser wüsste, würde ich sagen, ich kommen bestimmt gleich irgendwelche hässlichen Viecher. Oh man, der hat's nicht geschafft, der Arme. Ich fahr an jeder Ecke, oder? Ich weiß jetzt, wo kommt's jetzt hier weiter? Nee, wurde auch wascht. Okay. Na sag mal Was liegst du denn nicht? Ist ne Angst? Mein Freund? Noch irgendwo jener, der sein Fett hier weg haben möchte Können wir gerne machen So, da, da, da Also das ist der erste, der war Ja, von den Dingern könnte man mehr geben Von diesen Wo doch immer das fehlen ist So Wir sind voll Und wir gehen jetzt nach unten Nee, das sieht gar nicht aus wie in der Arena für den Bosskampf, ne? Nein, warum hast du so ein riesen Platoon hier in der Mitte drin? Macht doch nur Sinn Gut, vielleicht doch doch kein Bosskampf Bin ich auch nicht traurig drüber Ja, einer steht uns auf jeden Fall noch bevor Tup, 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 tup Tup Ventilator-Schacht und Sachen hinter denen man Schutz suchen kann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut, schlechte Taktik. Also mit der Knarre funktioniert es definitiv nicht. What the fuck? So, Zielerfassung an. Dann kann ich die Raketen über wenige lenken. So, wo steht noch einer? Na, sind wir sick. Nicht mit mir, Freund Blaser. Ich steh mir schon ganz schön ein. Ja, so großartig viel Munition habe ich hier nicht mehr. Ich habe sehr schön. Das ist nervig. Aber es ist die Sache geschafft. Oh, der ist immer noch einer. Oh ey, 57 Leben nur noch. Mann. Super, das ist komplett leer. Nein, für den Bogen ist nichts dabei. Gut. Dann geht es weiter. Unsere nervigen Freunden hier. Und Runde Nummer 3. Ne, hier ist rüber. So, Energie ist voll. Und da vorne gibt es ein schönes Abluftrohr. Ah, sehr gut. Ich habe fast erschossen. Aber nur fast. Ich muss jetzt die Waffe wechselt. Okay, gut. Das war's für heute. Boah, ey, das haut so rein, ey, warum, warum? Ich hasse es, ey, wirklich. So nervig mit den Biestern. So, so nervig mit den Biestern. So, so nervig mit den Biestern. So, so nervig mit den Biestern. Die sind alle nervig. Bisschen schön hässlich. Gibt es hier noch ein Medipack? Irgendwas? Bitteschön. Danke sehr. Hm. Ah, fein. Warte mal, wir gehen erst mal kurz runter. Gibt es hier noch ein Pupozeug drin? Nein, 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 das ist wieder rein. Okay, willst du nicht? Alles gut. Dann müssen wir doch da lang gehen. Hier durch und hier rüber. Auf dem Zwerh nicht irgendwie tropfen. Ey, was heißt, ich finde den Abschnitt hier wirklich, wirklich schwer. Einfach diese... mit den großen Köpfen so schwer zu treffen sind. Die hauen so rein. Und die Lichter ist immer so geil. Das ist ein wenig mehr. So, ich bin fast da. Witzel wurde hoch, danke. So ein Stehner sucht, irgendein Freund. Oh, dankeschön. Ist ja noch das, was ich jetzt brauche. So, Anzug voll, Munition so ziemlich leer. Alter, viel ist nicht mehr da. Oh. Warte, nichts in das Ziel rausgefallen. Weh, Hammer. Sieht echt gut aus. Sieht echt gut aus. Einfach schon die Lichtstimmung mit den ganzen verschiedenen Leuchtquellen. Das sieht so geil aus. So geil. Kannst du mich mal rauslassen hier bitte? Danke, 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 danke. Lass mich mal raus hier. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir müssen da drüben rein. Das ist ja schon, dass siehst du mal nix. Oh, ich muss mal warten, ich will nehmen meine Patas. Total. So, die ist jetzt nämlich auch fast leer. Die schöne Waffe. Oh, aber mit der hier ein bisschen orgelenkt, ist das nicht. Ach, warte mal. Ich habe mal nie die. Wird die auch voll gemacht? Nein, die wird nicht voll gemacht. So, du hörst mir nicht. Danke. Tür ist zu. Wir fahren noch ein bisschen auf dem Paketband. Ähm. Auf dem Laufband. Ja, bist du wohl. Das habe ich doch mal nicht so. Ja, brutal. Nehmen wir doch. Oder nehmen wir doch nicht, wenn es nicht funktioniert. Alles noch eins. Ö Langgang. Ö Langgang. Ö Galiche Alanggang. Alanggang. Nur zu sagen. Ö Langgang. Ja. Ö Langgang. Könnt ihr mir alle erzählen. Also für jemanden, der so einen alten Shooter nicht gewohnt hat, sind es sicherlich schwierig, überhaupt viele Sachen erstmal zu finden. Ob er sich gleich so baut, dass alle strahlen durch, durch mit einem Mal. Verstehe ich nicht. Wir haben jetzt hier ein Portal. Was hat mal funktioniert? Ne, wo wir da irgendwo rauskommen können. Wozu das alles noch gut ist? Jetzt kann ich glaube der Bereich fühlt sich aber auch deutlich länger an als noch im Originalspiel. Tschö, Galin, tschö. So, keine Mühe mehr, da irgendwelche Untertitel reinzuschreiben. Da geht erst gar nicht rein, weil das in der Brunnen so wieder hinführt. Oh, stehen bleiben, stehen bleiben. Oh, der kann so leicht die Übersicht hier verlieren. Wir gehen an, wir sind auf der richtigen Seite, oder geht es andere Seite auch lang? Dann wird sich die Tee sicherlich gleich zusammenführen. Ja, dann wären wir da rausgekommen. Perfekt. Vermutung, wenn du irgendwo runterfällst, kannst du wahrscheinlich mit den Portalen dann hier oben wieder hochkommen. Das ist jetzt die Frage, muss ich jetzt hier unten hin, oder? Ne, darüber springen sollte nicht funktionieren. Also, wozu wir hier runtergehen? Tschö, Galin, tschö. Ja. Er ist bestimmt so viel wie, hmmm, ich will nach Mann im orangenen Anzug. So, ein bisschen Schaden haben wir erlitten. Hm, das ist klar. Ist auf jeden Fall ein ziemlich riesiger Level. Mal gucken. Es wird keine neue Erlangen gehen. Da, da. Bisschen vorheilig. Okay. Jetzt war hier die Tür auch nicht soweit gut, soweit so klar. Nein! Scheinkleister. Mal gucken, weil Ene fährt nämlich zur Seite und Ene fährt gerade raus. Aha. Also, die, die ich direkt raufstehe, die fährt ja an die Seite ran. Alles klar. Wir kommen jetzt einfach mal mit. Oh, das ist it. Ich stelle mich wieder drauf. Ich habe da noch einen Flager, oder können wir wieder rausfahren? Nein! Schuhe noch Mama. Das war echt. So ist das schon ein Grundell hier auf. Wieso, kommt das noch mit Teufelei oder geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt drei Sachen durch. Ey, es geht weiter. Vermutlich. Gut. Hier fühlst du dich auch schon wieder bei einer Spielfilmlänge bei der Folge? Fast. Boah, nicht hier schon wieder. So, ich glaube jetzt die Garmes jetzt so hier auf den Bedenseiten hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es da noch mit viel Wund? Ah, da geht's. Au. Ah, was war denn da? Ah. Sollte ich jetzt mal checken, dass hinten irgendwo er ist. Ah. 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 Oh, wie kommt die denn jetzt hier hier? Ich bitte die anderen Tschüss noch. Oh man, ne sorry, ich wollte gar nicht eingehalten. So, noch ein Kuina. Ich muss erst mal wissen, was hier mit der... Was habe ich hier? Was? Mann! Scheiß hier. Gut. Das heißt, wir bleiben bei der Knifte. Wir haben einen schönen Ramazama. Wer die eh aufgeladen wird. Ich hasse es. Ich hoffe, dass der Kapitel gleich vorbei ist, dass wir dann durch sind. Dass ich ein bisschen Entschuldigung für meine schlechte Laune war. Die ist eigentlich gar nicht schlecht. Die wird das Spiel super viel Spaß machen. Das ist doch rotig. Nein, oh jetzt falle ich hier schon wieder runter, ey. Raster aus. Das ist doch der Quatsch. 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 Die ist doch der Quatsch. Meine Hüte Macht der Tobak hier Wo ist es, ich denke, hier weiter Super, ey. Drei Lebenspunkte, ey. Du siehst ja nicht mal, wo die alle herkommen. Das ist doch scheiße. Richtig, ey. Wir können euch auch nicht töten. Und schlechten Einfluss, das ist alle. Dafür könnt ihr ja nichts. Das ist doch scheiße. Nein, es fällt immer noch runter. Man, kann nicht sein. How hard can it be? Das übertreiben sollte mit dem Gistern kommen. So, was für meine Schmange? Nein, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin ja begeistert. Quatsch, irgendwo ausstellen? Ja, der kann auch was. Die Frage gut hier weitergeht. Voll in Blase. Wir finden sicherlich nicht. Guck mal, hier oben nochmal. Die Lampen an. Und? Ah ja, hier geht's weiter. Boah, ey. Das war echt ne harte Nummer. Oh, wir können oben jetzt nichts übersehen. Das war echt ne harte Nummer. Aha. Da denk doch mal an schnellen Aufstieg. Ne, das ist zu. Also geht's hier lang. Ne, nehm ich mal an. Sehr gut, mein Freund. Wenn du da rauskommst, werkt ihr sehr vermutlich, wenn ich bocherts Kämmer mal rein möchte. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ist ja kein Schatten mehr. Doch, das ist ein Schatten. Ist gut. Hm. Ja. Du siehst du teilweise ja nicht so schnell. Nein. Ich will runterfallen. Mein Güter. Das war ganz schön anstrengend. Also man kann ja leicht den Überblick verlieren. Wenn es ehrlich gesagt leid, langsam den Dingen hinterher zu laufen. Komische Rutz-Aura um den drumherum. Was sauer ist. Was? 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 Geh Quatsch, mein Freund. Was? 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 Ich liebe es nicht! Oh Mann ey! Das ist mal alles ein bisschen zu undurchsichtig hier. Noch irgendwo einer? Der lief schon mal ein bisschen besser als eben Unser Laser-Dings ist voll Und wir müssen jetzt konkret wohin? So, jetzt gibt's noch irgendwo... Ein bisschen Dings würde ich zu schießen können... Ah ja... Leute, ernsthaft jetzt? Ganz ehrlich, also den Teil hätte man definitiv einkürzen sollen... Ganz große definitiv... Das ist super anstrengend, das ist super nervig... Ne, kein Freund von... Auch wenn's gut die Macht ist, aber... So... 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 Uuuuund... Ah... Aha... Ich weiß nicht, wie das dir fehlt... Ob ich hier sehe... Wutte... Ich glaube, ich bin gleich wieder so eine Scheiße ab... Wutte... Joa, ist denn hier irgendwo Medipack oder... Wo hat denn hier Richtung... Letztere Sprungplattform... ja mir die pack für geil die umstehen heute nein oh man hey he causes Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja super, wie soll ich jetzt dahinter kommen? Ihr Scherzkekse Achso, ich habe ein bisschen Schacht auf jeden Fall, alles klar Alles klar, ich hoffe, die Sache hat dann irgendwann jetzt mal ein Ende Das wird aus dem Ladescreen Ne, doch, kein Ladescreen Oh Gott, wir können uns endlich wieder aufladen, sehr gut So, wenn es zumindest eine freie Bahn und können ja alle Oh, hier fehlen noch zwei Dinger, ey, ich werde irre Das ist ein bisschen, ein bisschen tedious, aber nervt wütend Alter, bist du eine Nervensäge gewesen? Das wird nochmal so ein Kör... Oh, ey, ernsthaft jetzt? So, hier brauchen wir einen neuen Spielstand Zack Irgendwo, irgendwie, irgendwie durch alle Ey, ich frage es ja Wie sitzen wir jetzt hier? So, hier, achso Großartig Versuchen wir unser Glück Natürlich, ich falle ihn auch wieder dann durch, wenn es... Ja Wenn es mich erwischt Was liegt denn jetzt hier? Ich habe schnell geladen Sorry, Leute Geht hier ganz schön drunter und drüber Laden Das macht ihr nur ganz schön fertig, die Folge Also anders kann ich das gar nicht sagen Die macht ihn komplett fertig Bei der Level ist viel zu lang Die Sachen sind viel zu... viel zu nervig Kannst du aber die Person jetzt einfach mal noch besser zumachen Sehr schön Skechst Seek medical attention Emergency User, dead, imminent. Warte, achso, warte mal, jetzt kein Kill durchkrabbeln. So Leute, jetzt lasst mich mal bitte in eure Auffüllstation. Was hier geht zuerst? Schick dir ein Briefkastenschloss bei der Knarre an der Seite drin. Ist ja der Hammer. So, einen, den kann man noch. Das kann ja nicht minder anstrengend werden. So, und zwar jetzt noch hier unten. Und noch hier oben. Oh. 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 Ich bin jetzt der erste Raum gewesen, den wir heute betreten sollen. Weil... der so schön einfach gehalten ist. Andererseits... macht's... Oh Gott. Warum? Warum? Warum macht denn ihr das so? Ja! Natürlich fallen die alle ja runter. So, welche kommen jetzt hier? Und dann... Schon bisschen wie bei Resident Evil. Wo der Hammer-Typ dann... äh... ...kalt gemacht wird. Ja, Freunde. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Dafür auch mal noch eine Antwort parat. Achso, hier. Alles klar. Den ganzen Weg nach oben latschen, oder? Oh. So. So. Vielleicht nochmal auffüllen. Und dann erhoben. Und dann war's das hoffentliche Wesen. Ich glaube, viel höher geht's ja noch gar nicht, oder? Joa, ich denke mal, das sieht glaube ich ganz gut aus, dass wir hier... ...auf'n... ...weg nach ganz oben sind. Gut, anscheinend wurde ich hier isoliert. Oh, lass es bitte in heut Kapitel sein. Aber egal wie, wir machen jetzt hier so oder so Pause bei der Folge. Nur mit Kapitel hin oder her. Tschüssi, Bosski.